Meine Damen und Herren, Jack wieder im Stadion Theater, es geht mir gut, Frau nur krank, ich hole gerade meinen Sohn ab, von daher ist er da und ja, was ich fragen würde an euch, also für diejenigen, die Assistenz mit euch zu spielen, es gibt ja jetzt eine wochen-öchentliche Community-Herausforderung. Und da frage ich mich, da steht nur, Töte Anubis, dann kann man so einen Goldenen Anubis freischalten, so mehrmals töten muss man die, ich frage mich aber, wie oft, ich glaube nicht, deswegen an der Seite steht 22.000, aber ich kann, das ist so möglich, man muss dann suchten und den ganzen Tag nur das machen, das macht, das ist total bescheuert. Und ich habe den jetzt 15 mal gelegt, wegen Graf, und das innerhalb von einer Stunde, aber trotzdem, das ist schon krank, sag ich mal, wenn das wirklich so 22.000 ist, wenn er stand da irgendwie so an der Seite, aber das sind nur die Punkte. Das will ich gerne mal wissen von euch, ob ihr wisst, halt, wie man, also wie oft Anubis in dieser neue Community-Herausforderung zu besiegen sein müsste. Also, ja, Internet, die Equest ist heute rausgekommen, aber gestern, wenn man steht, sechs Tage halt, noch, also, zu Helles-Sequester, und mal gucken, naja, ist ja nur Anubis. Den kriegt man innerhalb von ein, zwei Minuten down. Gut, jetzt hat man auf Wiedersehen, und ich wünsche euch allen einen schönen Tag, euer Jacky, tschüss.